Erhaltende Stresslinderung im Bordell. In time, you will know the tragic extent of my failings. Hab ich nicht. Keine Krankheiten gehalten. Besessen von Heiligkeit, Stressschadensäufer. Soll ich das besessen sagen? Ich hab nicht so viel Geld momentan. Ich kann es nicht machen. Nicht sinnvoll. Vielleicht könnte mir den Jungs direkt nochmal aber nicht überleihen. Mittel im Wald. Nach Stufe sortieren. Öh? Ist Pizzen abgeblieben? Hab ich denn da verpasst? Ne, das meine ich gar nicht. Hä? Pizzen war weg? Weil weg? Wann war das denn? Komisch. Hab ich nicht gesehen, dass da irgendwas stand. Achja. Mal halt euch hin zu suchen. Doch, da. War nicht rot markiert. Voll unfair. Yo. Also. Den lauten Propheten. Was gibt es denn hier? Plus Pestdoktor. Fernkarmfähigkeit. Chance auf Betäubungfähigkeit. Chance auf Gifthauffähigkeit. Plus Stressschaden. Ne. Unvollkommene Fleischkreatur. Kannst wahrscheinlich wieder bluten. Da habe ich aber nicht mehr so viel geiles Scheiße. Siege des Märtyors. Schaden in der Schwell des Todes. Kritt an der Schwell des Todes. Widerstand gegen Todesstoß. Ist eigentlich ziemlich geil. Acht pfündete Briganten. Müsste ich dafür töten. Äh. Roll ich halt einfach mal hier in. Ruinen. Middle Run. Möchte ich dann zum Beispiel hier. Kuppi. Plucker. Knuffi. Road Fader. Keine Ahnung. Road Fader. Tollwut. Bulimisch. Ich würde wahrscheinlich Tollwut nur Peer Gäste. Ähm. Ne. Ich muss die nochmal ein bisschen behandeln. Die muss ich jedenfalls behandeln. Die Vampir Gäste. Wie Widerstand gegen Geschwächung. Wobei es ist so wichtig. Ist vielleicht gar nicht so wichtig. Voll gut. Gubi. Widerstand gegen Bluten. Widerstand gegen Bewegen. Ist halt ein bisschen kacke. Ja. Okay. Dann würde ich dich auf jeden Fall nochmal hier reinschicken. Dann mach ich ihn trotzdem aber mit der Charme. Ja. Dann würde ich hier nochmal rein. Nach Fähigkeiten. Nach Dinge sortieren. Ähm. Du brauchst vor allem die gute Waffen. Hast du. Du brauchst ne gute Waffe. 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 12 ist ne. Facken. 10 Facken. Das ist ein mittlerer Run. 2 Schlüssel. Heilkräuter. So. So was nehm ich jetzt nicht mit. Heilkräuter sind immer ganz gut um Nahrung zu finden. Deswegen nehm ich das mal mit. Los gehts in die Ruinen. Fack da waren die Skelette ne. Der Gifthau auch gegangen dagegen. Die Fienden müssen zurückgezogen werden. Und was besser zu beginnen, als das Seat unserer noblen Linie. Aller Raumkämpfe. Also muss ich schon mal hier unten hin. Äh ich lass keine Bücher. Ich lass keine Bücher. Ich lass keine Bücher. Ich lass keine Bücher. Da ist mal die Pfanne. So weiter gehts. Ah mit 70 Geh das nun schon noch. Genau wie so die normalen Skelette. Normalen Anführungsstrichen weil. Ne. Hier ist bisschen stärker alle. Gifthau auch bluten. Kannste halt nix machen. Kann ich einfach normalen Durchwürfen machen. Ernsthaft. Baaah. Ich wollte den Stressschaden minimieren. Debuff. Nicht funktioniert. So trifft man übrigens Dodger. So trifft man. Ja. Ähm. Ne. Schau. Er strafft wieder nicht. Ist'n jetzt kaputt. Er tritt aber auch nicht. Dafür crittert der wieder. Während der davon nicht gecretet hat. hier heilung auf sie 1 und sie blutet nach wenigstens das nicht noch mal versuchen hier zu debuffen 3 bis 7 so noch mal heilen bitte das wäre super so heilung 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 ist anders er kann ich auch ein pestdoktor mitnehmen bei der heilung gerade und zurücklaufen ist oben oben ist leer dann kann ich die schon mal hier auswählen weil ich muss gleich durch die Falle laufen surfen zack oh Fackel oh und sogar noch hier Wappen okay Wappen haben hier jede Menge nein ich lese nicht erkunden mal noch mal weiter ich habe jetzt schon Hunger was ist denn jetzt was was wieso Wahnsinn 50 Gold treibt es nicht Jungs äh hier Raumkampf nein ich lese es nicht werfen bitte danke du guckst da rein ich mache dann 4 für 3 Runden ja tschüss ich nehme hier Gifttau noch dazu so Heilung fuck you da ist sogar der pestdoktor besser alter Vatermann ich habe mir halt noch gesagt ich habe keinen Heiler dabei ich wusste es 8 für 3 Runden Heilung ja geht doch meine Fresse ausgewichtigt sehr gut schon mal geholfen so bam daneben daneben vorkommen oh 9er Crit gleich mitgemacht noch beim ziehen ins Gesicht ah was war alles hier jetzt na was ist das 5 bis 9 6 bis 3 ah so ich habe eine Sack fuck blittering gold trinkets and baubles betäubung schnappen paid for in blood nein ich lese keine Bücher what the fuck seid ihr denn gargoyle gifthauch ist eigentlich nur die variante gifthauch gifthauch alter abwehr 50% widersetzt schädelwurf schwanzpeitscher weil die gargoyle ist ein bisschen heftig oder kann ich meine position nicht halten das ist nicht so schlimm ihr könnt tauschen präzision grundwert schade kauter 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 ziel markieren ja jetzt wollen wir an und markiertes ziel damit ich mit meinen ganzen schwachsten treffe wenn ich schon fast kein schaden nehmen kauter hals ziel ziel kauters Kann man schon mal nicht treffen Mein heiler beschädigt Schädigt Zuspruch Nein, heil dich selber Sehr gut So Wobei der wäre eh gestorben glaub ich auf dem Gift ne War bisschen dumm Wir dürfen den Mut nicht verlieren Selbst angesichts dieser Trostlosigkeit Halt Ausgewicht Ich hab mich doch gerade gebufft Jawohl, das kann doch plötzlich heilernflackern Was geht denn? Was geht denn? Jetzt hör doch mal auf zu heulen Du scheiß Vieh Kannst du nur wenn du alleine bist oder was? Betracht Let's go if ihr WELCOME GARDEN WELCHU 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 WELCOME WELCOME